You and me, Hoss. Nach einer langen, langen Pause sind wir wieder zurück. Es geht wieder weiter. Ultra-Drable-Player sind zurück. Ja, da sind wir wieder, nach, weiß ich nicht, circa sieben Monaten. Diesmal haben wir ja jetzt zwei neue Kameraden dabei. Einmal den Tobi und den Marvel. Hallo. Hallo. Ja. So, dann haben wir einfach so gesagt, wir setzen die Serious Sam Saga fort. Das ist kein Sinn macht. Und sagen, fangen wir einfach mal an, ne? Jo, okay. Jo, da geht's auch schon hin. Tobi ist da, sehen wir uns dran. Jo. So. Wir haben alle Waffen, oder? Mit einem kleinen Waffenproblem, wenn man auch zum Schluss. Ich kenne mich hier gar nicht mehr auf mit der Steuerung hier. Es ist hier nur... Ich bin hier nur noch am Waffenwechseln. Ich muss schnell was mit der Steuerung machen. Ja, dann mach doch. Just for fun. Was ist das? Ich werde es einfach mal aufsammeln. Hey. Elektrizität. Das sind immer diese tollen Männchen mit den Bomben in Arten. Sie wollen immer so umarmen. Ich finde, kam Geist hat ein ganzes Spiel diese Bomben in Arten. Ich bin nicht mehr so schlecht, wie ich mal war. Ich bin sogar noch schlechter. Ich bin nicht mehr so schlecht, wie ich mal war. Es ist nur schlechter. Viel schlechter. Ah, ich scheiße. Rüstung plus 25. Marvin, komm. Wo bist du denn? Ja, ich bin hinter euch. Ja, hier. Munition für alles Da ist so ein Penner drin hier Dankeschön Da sind überall solche Penner drin Das ist voll ein Netz zum Ketten Fuck, die sind ja überall Ich erledige alle mit denen Ich erledige alle mit denen I I I Ich bin Ich hab mal einen auf tot gemacht Auf tot Scheiß Scheiß Kalea, ich hab schon keine Bock mehr für dich Ja, ich hab schon Ja Du hast schon keinen Bock mehr, wenn ich den höre Ja, das ist echt Die Dürmer sind Ja, lass mal Scheiß Scheiß, geläppt Ah, fuck, ich bin wieder am Atom Ich aktiviere den anderen Schalter Ich hab den Füllen Na gut Ah Sieben, eh Ah, du scheiß Noch ein Arsch Noch ein Arsch Ja Ey, da ist ein Geheimniss Also ein Geheimnis Wenn man hier reinspringt Wo, ich möchte auch rein Wo reinspringen Oh, wo ist mir ein Geheimnis? Was? Reinspringen Ich mag Geheimnisse Da ist ein Geheimnis Egal Egal Was ist jetzt passiert? Machen wir weiter Ja Jo Jo Ja Wie weit ist es doch Ey, unten könnt ihr auch durchtauchen Ja, müsst ihr nicht auf Was sind das für Männer? Das kennen wir ja Natürlich Das sind solche fliegenden Oberkörper Das habe ich auch gesehen! Hey, das ist mir jetzt irgendwie gerade peinlich gewesen, nach fliegen mit 20 Sekunden. Oh, ganz wichtig. Kann man sich nicht durchschauen. Oh, ich werde springen. Du hast den Schalter inaktiviert. Jetzt müsst ihr ja jetzt mit einem Schuss. Oh, ich bin voll der Spawn-Camp. Oh, du Penner hast mich umgebracht! Ja! Oh Gott! Und? Kommst du, Adam? Was seid ihr eigentlich alle hier? Wir sind schon weiter. Wir sind schon hinter die Seiten. Ah! Ihr seid ja! Ach, da war ich nicht. Oh Scheiße! Nein, ich will die Kanone haben. Oh, ich mag die Frösche. Ich mag die Kanone. Wie heißt das Level, wo da hunderttausend Frösche auf einzukommen? Weil die nahtlos ablösen. Ich verstecke mich einfach hier in so einer Emo-Ecke und... Emo-Ecke! Oh ja. Emo. Ich bin jetzt Wasser gefahren. Hey, kann man langtauchen. Ich finde das interessant. Oh, Feuer. Oh mein Gott. Habe ich? Ja, scheiße. Na also, ich bin ein echter Serious-Self-Fan, weil... Hier geht's ab mit... geiler Grafik und Super-Action. Und wie komm ich hier grad weg? Achso, doch. Ja, ja, ja. Scheiße, Mann! So viel! Ich bin voll gut im professionellen Fail. Ja, das ist voll die schlechte Physik. Ja, ich sitze hier im Geheimgang Arsch fest. Ich bin unter Wasser, ich hab keine Ahnung wo ich... Ich schaff das schon nicht. Ich bin intelligent genug, das alleine zu schaffen. Ich bin sehr sicher. Uah, das sind wieder Fische, die mich töten! Ich seh's schon. Ich weiß nicht, wo lang? Scheiße, unten. Bist du da? Bist du da durch... Nee. Ich war auf einmal hier und... ja. Da sind Viecher. Böse Viecher. Ach, ich spiel gern von selbst. Ich hab was, ich bin noch da. Nein, jetzt bin ich hier aus. Sag mal, sind wir hier wieder. Ja. Wir sind da wieder auf der Weltbahn. Äh, wir haben noch... wir haben noch einen komischen Typen im Ding drin. Eigentlich wären die sonst super schneller ran, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Komm her. Dann müsst ihr den aber fragen, ob es okay ist, dass er auf YouTube kommt. Was? Ja, kommt auf YouTube. Ja, ihr müsst'n Frage, dass er... Ja, bei der Joint ist er selber schuld. Komm, Tobi, scheißen wir auf den. Jo. Jo. Ich kenn's... Ich kenn mich nur grad gar nicht aus. Ah, hier. Ich weiß nicht mehr, wo ihr seid. Ich taue einfach mir mal drauf. Immer diese komischen Außenseiter, die... ... nichts mit mir zu tun. Die Außenseiter sind. Die Außenseiter sind. Genauso wie der... Schleichwerbung? 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 Das kommt mir noch bekannt vor. Schleichwerbung? Tobi, ich muss allerdings sagen, dass es bei Minecraft alles ziemlich produktiv erwiesen. Ach, du bist produktiv, du, Hopf, oder? Du, Hopf, oder? Ja, ein schönes Getreidefeld angelegt. Ja, eine unendliche Wasserquelle. Oh fuck, mir geht die Luft aus, ey. Ja, bochen, fuck. Also, Giftdräng, fach. Ja, ich weiß nicht, wo ich bin. Taub weiter, ich sehe dich. Das sage ich nur vielen Dank, ja. Ja, ich sehe die Oberfläche. Ja. Darum geht's, geht's weiter. Ja. Bin ich jetzt erleichtert? Was ist jetzt passiert?